Okay, also die Startnummer 6 sind Sophia Schäffler und Derya Rensinghoff als Alice und Lavinia, die Grazkönigin, aus Alice Parade. Viel Spaß! Sag Alice, kennst du Cricket? Äh, ja. Dann spielen wir Cricket. Schläger! Oh, wenn ich meine gute Narbe verliere, verlierst du deinen Kopf. Wir spielen natürlich etwas anderes. Oh, Hoheit. Ja nun, Schlag was vor. Klar, weine mich. Wir spielen Reisen nach Jerusalem. Was? Wie wär's mit einer Reise? Mein Becken. Oh nein, wir brauchen ein paar Stühle. Mein Thron? Nein, nein. Wir laufen um die Stühle hin und Krüder setzt sich hin. Doch der, der ist als letztes Stühle, ist nicht neu. Oh, das gibt doch keinen Sinn. Das kriegst du mehr frei. Hey, ich wusel nicht, ist außerdem blöd. Ich mag lieber Unterneid. Dann spielen wir was anderes. Okay. Bei Rennball gibt's ein Innen- und ein Außenteam. Es ist im Feld und eines läuft herum. Der erste Spieler wirft den Ball und läuft dann los. Ihr Geht, klopft, klopft und wirft ihn in das Ziel. Das Geschehenspieler verbrennt, beginnt von vorn. Rennball? Meine Spieler sind aus Papier. Willst du mich stürzen? Können wir nicht etwas zu zweit spielen? Okay. Zeit für ein... Oh mein Gott, ist der hässlich. Ich will Cricket spielen. Wir spielen einfach Penta-Integern. Bei Ente warten und schlagen, bei ganz weggelaufen. Okay? Okay. Gut. Ente, 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 Ente. Es ist aussichtslos. Ente, 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 Ente. Bitte. Ente, 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 Ente. Go! lenken.